Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video und zwar ist das einfach nur ein kurzes Ankündigungsvideo zur Pferd- und Jagdmesse nächste Woche. Das haben mich in letzter Zeit so 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 viele gefragt, ob ich dieses Jahr wieder auf die Pferd- und Jagd komme und deshalb habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal ein ganz kurzes Video dazu, damit es auch vielleicht wirklich jeder mitbekommt, denen das interessiert. Und zwar wurde ich dieses Jahr von den Veranstaltern an der Pferd- und Jagdmesse eingeladen, die Messe zu besuchen, also vielen Dank auch an dieser Stelle. Ich werde auf jeden Fall am Samstag und Sonntag, also am 10. und 11. Oktober wollte ich gerade sagen, am 10. und 11. Dezember da sein und auch am Samstag am Blogger-Treffen, das von der Pferd- und Jagd veranstaltet wird teilnehmen. Das findet um 12.30 Uhr statt und geht ungefähr eine Stunde. Ich zeige euch das jetzt auch gerade nochmal hier auf dem Plan, wo das ungefähr ist. Es ist auf jeden Fall in Halle 25, in der Nähe vom Showring und ich denke, wenn man dann dort ist, wird man auch auf jeden Fall sehen, wo das Treffen stattfindet. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Es werden auch noch einige andere Blogger da sein, aber dazu sage ich jetzt nichts, weil ich auch nicht ganz genau weiß, wer dann wirklich sicher da sein wird. Außerdem habe ich von den Veranstaltern 10 Eintrittskarten zur Verfügung gestellt bekommen, die ich an euch verlosen kann. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Und da werde ich einige der Karten hier bei YouTube verlosen, ein paar bei Instagram, ein paar bei Facebook und auch bei Snapchat, damit jeder was davon hat. Und was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr dann jeweils auf den jeweiligen Seiten. Ich schreibe euch nochmal alle Infos dazu, auch in die Infoworks, wo ihr mich dann zum Beispiel da und da findet. Genau. Ihr könnt auf jeden Fall an allen Gewinnspielen bis Samstag teilnehmen. Dann suche ich die Gewinner aus, schicke die Karten am Montag per Post los, damit sie auch noch vor der Messe bei euch ankommen. Die Karten sind auf jeden Fall nicht für den Tag gebunden, sondern man kann sich aussuchen, an welchem Tag man die Karte einlöst. Und für alle die, die vielleicht noch keine Karte haben und jetzt auch nicht das Glück haben, eine zu gewinnen, wenn man vorher schon Karten im Online-Shop bestellt von der Fährt & Jagd, dann bekommt man die Karten auch 2 Euro günstiger und muss nicht lange an der Kasse anstehen. Also nur mal so als kleine Info. Genau. Was ich schon fast vergessen habe, um hier bei YouTube am Gewinnspiel teilzunehmen, könnt ihr einfach irgendwas in die Kommentare schreiben. Ist mir egal was. Ich glaube, das habe ich beim letzten Gewinnspiel auch gemacht, aber das hat mir ganz gut gefallen, weil da waren einfach so viele unterschiedliche Sachen dabei, die ich mir durchlesen konnte. Also da könnt ihr einfach euch aussuchen, was ihr reinschreibt. Ich glaube, ich rede auch sehr schnell gerade in dem Video. Aber ich habe es auch gerade ziemlich eilig, weil ich auf die Arbeit muss und das Video noch ganz, ganz, ganz schnell drehen wollte. Ja, gut. Genau. Also kommentiert einfach irgendwas in die Kommentare, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Und was ihr bei Facebook, Instagram und Snapchat machen müsst, das sage ich euch dann jeweils dort. So, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Heute. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die Messe, weil sie mir auch letztes Jahr super gut gefallen hat. Und deshalb sind wir auch dieses Jahr zwei Tage da, weil letztes Jahr auch die Zeit irgendwie zu knapp war. Und ich freue mich schon ganz, 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 ganz doll, ganz viele von euch zu treffen beim Blogger-Treffen oder auch generell, wenn ich da rumlaufe. Also ihr könnt mich gerne immer ansprechen, auch dann am Sonntag, wo ich nicht offiziell am Blogger-Treffen teilnehme. Egal wo, sagt mir ruhig Hallo. Ich freue mich. Ja, also ich freue mich auf euch. Und wenn ihr schon wisst, dass ihr am einen oder anderen Tag da seid, könnt ihr es mir ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall schon mal interessieren. Und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Video oder ja, bis zur Pferd und Jagd. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020